Das Wasser ist ihr Element, egal wie kalt es ist. Ihre Aufgabe, Minen zu suchen und zu entschärfen. Eine Aufgabe, die geradezu übermenschliche Kräfte erfordert. Und Nerven wie ein Kaltwasserfisch. Marine-Stützpunkt Eckernförde an der Ostsee. Die Kaderschmiede der Minentaucher. Eignungstest für 17 Freiwillige mit dem Hang zur Wasserfolter. Ich habe den Willen auf jeden Fall, es zu schaffen. Ich werde mein Bestes geben und dann werde ich sehen, wie weit ich komme. Morgen Minentaucherlehrgang. Morgen, Herr Ostmann. Zuerst unser sportlicher Eingangstest. Kraftraum, Liegestütze, Bankdrücken, Sit-Ups. Hier ist heute die Stunde der Wahrheit und dürfen sich beweisen, wie viel sie schaffen. Die eigenen Grenzen auszuloten, dafür sind sie angetreten. Wir brauchen ja Leute, die absolut fit sind, die an ihre Grenze auch von sich aus schon gehen, die wir gar nicht heranführen müssen. Richtig rausdrücken. Warum mache ich halt? 31 sind zu schlagen. Okay, und weg. Wer da nicht bereit ist, so weit zu gehen, der hat ja nichts verloren. Den brauchen wir auch nicht und der wird ja auch nicht bestehen. Eine gewisse masochistische Grundkomponente ist unübersehbar. Von da an habe ich mich eigentlich ständig darauf vorbereitet. Ich bin laufen gegangen, ich bin in der Woche dreimal schwimmen gegangen, habe Krafttraining gemacht. Ich habe mich ein wenig anders ernährt. Ich bin jetzt guter Dinge, dass ich das hier auch alles schaffe. Eine Aufgabe, die nicht nur körperliche Kraft erfordert. Große Ziel ist halt, den Lehrgang bestehen. Und kleine Ziel ist halt, jeden Tag bestehen. Und das volle sechs Monate lang. Denn so lange dauert die Ausbildung. Wenn Sie dann natürlich beim Eingangstest schon am Anschlag sind, haben Sie natürlich dann vielleicht ein paar Probleme, später noch ein Leistungspotenzial zu zeigen, wo eine Steigerung da ist. Und da werden gewisse Leute an ihre Grenzen schauen. Bei 300 dürfen Sie Schluss machen. Minentaucher gehören zu den spezialisierten Einsatzkräften der Bundeswehr. Ihr Auftrag, Vernichten von Seeminen, Schutz der eigenen Schiffe, Rettungseinsätze. 120 Taucher braucht die Marine. Tatsächlich gibt es aber nur noch 32 Männer in dieser Eliteeinheit. 100 Soldaten bewerben sich jährlich. Doch nur wenige schaffen es auch nur bis zum Eingangstest. Euer Zuhören. Die zwei inneren Mann sich jetzt vorbereiten. Die zwei äußeren sind fungierend als Sicherheitstaucher. Sollte der Mann Anzeichen einer Bewusstlosigkeit zeigen, bitte selbstständig. Unter die Arme greifen, den Mann nach oben ziehen. Hat das jeder verstanden? Alle 15 Sekunden werde ich einmal an die Leiter hauen, das Unterwasser auch zu hören. Nach 45 Sekunden gebe ich das Auftauchsignal. Dann tauchen alle auf. Und ab. Es beginnt mit Luftanhalten unter Wasser. Schon daran scheitern die meisten. Ein zweiter Versuch muss klappen. 45 Sekunden ist normalerweise nichts. Es ist für uns Eingangstest. Mit den Basics fangen wir an, weil wir da auch sehen, ob der Mann überhaupt in der Lage ist, den Kopf unter Wasser zu halten. Und auf die 45 Sekunden bauen wir auf. Ich könnte jetzt fast behaupten, dass jeder locker in der Lage ist, zum Schluss drei Minuten locker. Und wenn nicht sogar mal an die viereinhalb Minuten, vielleicht fünf Minuten ranzukommen. Immerhin hat das Wasser 33 Grad. Und dennoch. Es kommt vor, dass wir Leute ohnmächtig aus dem Wasser ziehen. Und diese dann so schnell wie möglich wieder fit machen. Wenn Sie denken, Sie sind klar, tauchen Sie ab, holen Sie die Ringe hoch. Beim Kraftausdauer, da kann man einfach mal die Zähne zumeißen und durch. Aber beim Apnoe, da muss man sich immer konzentrieren, man muss sich immer runterfahren. Wenn man aufgeregt ist, ist das schon schlecht. Der Polschlag ist erhöht. Und sich jedes Mal wieder runterzufahren und dann die Ruhe zu behalten, das nagt nachher an den Nerven. Ziel ist es, so wie die Ausbilder auch sagen, sich nachher gar nicht mehr aufs Tauchen zu konzentrieren, sondern nur auf die Aufträge. Aus dem warmen Wasser geht es nun in den kalten Schnee. Der Chefausbilder treibt die Kandidaten unerbittlich an. Ausdauerprobe bei minus sieben Grad. Wir werden jetzt als nächstes einen 5000 Meter Lauf durchführen. Auch bei diesen Bahnverhältnissen bzw. Witterungsbedingungen. Laufen Sie vorsichtig. Und möglichst schnell. Weniger als 23 Minuten sind angesagt. Eine echte Herausforderung. Ich möchte noch was im Leben sehen und erleben. Und auch später mal sagen können, dass ich wirklich was geschafft habe. Und wer das nicht schafft, kann gleich seine Sachen packen. Wir werden hier selten, wie heißt es bei uns so schön, ein Rennpferd haben, wer alles hundertprozentig kann. Es hat jeder seine Schwächen, jeder seine Stärken. Und in der Regel ist es so, dass ein guter Schwimmer nicht unbedingt ein guter Läufer ist. Und das gleicht sich alles irgendwo wieder aus. Komm, komm, komm. Jetzt werden wir durch. Der nächste Tag. Die 17 Soldaten haben den Eingangstest bestanden. Doch das war nur das Vorspiel. Fünf Wochen tauchen nur mit Atemluft. Und Fachbegriff Apnoe tauchen stehen ihnen bevor. Immer hart am Rande der Ohnmacht. Langsam fertig gehen. Und ab. Heute müssen die Probanden Flossen, Maske und Schnorchel auf dem Hallenboden ablegen. In fünf Metern Tiefe. In Bewegung verbraucht der Körper zusätzlich Sauerstoff. Der Druck ist groß. Und ab. Und der Ton deutlich kälter als das Wasser. Bei einigen von Ihnen will ich nicht mehr sehen, dass Sie bis zur Brust aus dem Wasser kommen. Wenn das abkommt, geht's runter und nicht eine Viertelsekunde später. Die nächste Übung ist noch schwieriger. Die Soldaten müssen das Equipment zurückholen. Wer suchen muss, braucht länger. Wer nervös ist, verbraucht mehr Sauerstoff. Mit einem einzigen Atemzug müssen die Kameraden dann auch noch die Maske ausblasen. Man weiß, wenn man das nicht schafft, dann sieht's eng für einen aus. Der Ausbilder sagt, jetzt abtauchen. Da kann man sich nicht aussuchen, ob man drei Minuten später abtaucht oder wann man selber abtauchen will, sondern jetzt geht's runter. Man muss es schaffen, um weiterzukommen. Jede Aktion muss vorschriftsmäßig ablaufen. Lassen Sie den Schnorchel vernünftig leerlaufen. Jeden Tag eine neue Herausforderung. Zusätzlich zum gerätelosen Tauchen steht Sport auf dem Plan. Konditionsläufe bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit. Krafttraining. Zwei Kandidaten müssen ausscheiden. Die Ausbildungsinspektion der Minentaucher in der dritten Woche. Auch der Rest der Truppe ist inzwischen angeschlagen. Bei der Morgenmusterung häufen sich die Krankmeldungen. Minentaucher-Lehrgang, stillgestanden. Richt euch. Augen geradeaus. Zur Meldung ein Oberbotsmann, die Augen links. Herr Oberbotsmann, Obergefreiter Neubauer, ich melde den Minentaucher-Lehrgang vollzählig in der Stärke von 15 Soldaten angetreten. Eintreten. Eintreten. Guten Morgen, Minentaucher-Grundlehrgang. Guten Morgen, Herr Oberbotsmann. Herr Hase. Müsst du nochmal zum Arzt Ohrenschmerzen? Müsst du nochmal zum Arzt Fäden ziehen? Ebenfalls zum Sagen. Freien Sie sich zusammen, dass wir am Ende der Woche keinen verlieren. Zwei Tage hat der Minentaucher in Spee wegen Ohrenschmerzen bereits gefehlt. Jetzt muss die Ärztin entscheiden. Ja, bei mir ist das halt die Einstellungsgrenze beim Minentaucher oder Minentaucher-Anwärter ist 27. Das bin ich. Und es sind ja ganz schlechte Karten, auch wenn ich wegen Gesundheit rausfliegen würde, dass ich nochmal verlängert werden würde, um die Ausbildung noch ein zweites Mal zu versuchen. Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Danke. Danke. Was kann ich denn tun für dich? Haben Sie denn noch Schmerzen? Also es sind starke Schmerzen auf dem Lenkenohr und das rechte Ohr, das geht so einigermaßen. Gut, dann gucke ich mir das mal an. Ein bisschen zu mir drehen, genau. Machen Sie mal Druck ausdrücken. Und hier tat es jetzt mehr weh. Nicht draufdrücke, tut es da weh? Ja, halt rechts mehr als links. Also hier ist noch so zugeschwollen, dass ich noch nicht mal das Trommelfell sehen kann. Das ist auf der linken Seite noch sehr, sehr, sehr angeschwollt. Entweder sein Traum vom Minentauchen platzt oder das Trommelfell. Wenn beim Tauchen kein Druckausgleich stattfinden kann, dann ist irgendwann das Trommelfell so weit gesprannt, dass es entweder in die eine oder in die andere Richtung, das geht in beide Richtungen, eben zerreißt einfach aufgrund der verschiedenen Druckunterschiede. Auf der einen Seite ist ein Überdruck, auf der anderen Seite ist ein Unterdruck. Wenn kein Druckausgleich stattfinden kann, sucht sich der Druck halt den Weg des geringsten Widerstands, dass es an dieser Stelle gerade in dem Bereich Ohr eben das Trommelfell und das zerreißt dann einfach. Und das tut richtig weh und dann ist auch sowieso vorbei mit Tauchen. Der Patient will das riskieren. Die Ärztin zögert. Training oder Trommelfell? Ne, also heute, müsste ich sonst mit den Ausbildern nochmal rückspringen. Oder haben Sie das schon gesagt, wenn Sie jetzt heute ausfallen sozusagen, dass Sie dann raus sind? Mir haben Sie nichts gesagt, aber das wäre auch doof für mich, weil ich bin über 27. Das ist die letzte. Okay. Also ich probiere es, wenn es nicht runter geht, sage ich sowieso Bescheid. Dann drücke ich heute mal zwei Augen zu und müssen aber auch dann einfach ehrlich sein, wenn es gar nicht geht. Und seien Sie sich dessen bewusst, dass es im Endeffekt auch wieder so explodieren kann, dass Sie sowieso rausfliegen, auf gut Deutsch. Das richtig. Für heute tauglich fürs Tauchen, wenn auch knapp. Die Ausbilder haben einen genauen Plan, die Schüler immer an ihre jeweiligen Grenzen zu bringen. Langsam fertig werden. Und ab. Strecken tauchen. Heute müssen 40 Meter zurückgelegt werden. Das heißt, rund zwei Minuten unter Wasser. Von Übung zu Übung werden die Anforderungen hochgeschraubt. Immer am Limit. Die Taucherärztin kommt dazu und beobachtet ihr Sorgenkind. Der Durchhaltewille sollte nicht stärker als das Trommelfell sein. Denn dann ist es mit der Karriere als Minentaucher ohnehin vorbei. Wegen Hase machen wir mal der Säure heute nicht ganz so große Druckdifferenzen im Prinzip getauchen. Also dass er halt langsamer abtauchen darf als die anderen, dass ihr da so schön drauf mit achtet. Ja, kann sein, dass der nochmal Druckausgleichprobleme kriegt. Schwer beladen mit Gewichten geht es jetzt vom Sprungturm in die Tiefe. Die ersten drei, Gewichtskont anlegen. Bleigewichte, damit sie nicht gleich wieder auftauchen. Machen Sie einen beherzten Schritt nach vorn, da kann auch nichts schief gehen. Und ab. Die zukünftigen Minentaucher müssen jetzt zeigen, dass sie genug Luft mitgenommen haben, um nicht gleich wieder auftauchen zu müssen. Auch da sind verstopfte Gehörgänge höchst hinderlich. Auch gegen den Ohren halt, das geht jetzt ziemlich schnell runter. Muss mal gucken, dass es jetzt funktioniert. Und dann ein bisschen knappe Stübung schon. Unter Wasser müssen auch noch diverse Handgriffe erledigt werden. Bei knapper Luftreserve. Ja, es ist natürlich schon anstrengender, gerade den Gewichtskont nachher auf die Schulter zu legen, weil er ziemlich schwer ist. Wenn es Gebüchte die Hose schnell auszukriegen, muss man natürlich ruhig bleiben, nicht Panik verfallen. Umso mehr Sauerstoff verbraucht man dann nachher, umso mehr Kraft man aufwendet. Und ab. Mut entsteht im Kopf. Ist der Geist nicht willig, dann bleibt der Körper schwach. Ja, das ist halt genau dieses Kopfkino, was man hat, was man versucht zu unterdrücken. Dass, wenn man denkt, gestern war es schon eng und dann morgens in die Halle kommt und dann schon allein dieser Geruch von der Halle, diese Wärme und das nagt. Und das ist dieses Anstrengende und dieses Nervenzermürbende, was man jeden Tag neu hat. Aber da muss man immer eine Übung abhaken und die nächste kommt und die wieder versuchen, so gut wie möglich zu erledigen. Wenn man sich jetzt auf eine Sache versteift und die ganze Zeit sagt, das schaffe ich jetzt nicht, das schaffe ich nicht, dann wird es immer schlimmer. Und natürlich wird man immer aufgeregter. Aber aufgeben, das gibt es nicht mehr. Der Kandidat beißt sich durch. Am schlimmsten ist das Auftauchen mit letzter Luftreserve. Da kann es leicht zu Ohnmacht kommen. Da hilft nur, ordentlich durchzuatmen. Der nächste Ohnmachtskandidat. Herr Hase, gewiss gut ablassen. Fertig. Und. Diese Hase haben wir jetzt rausgelassen. Da kann es passieren, dass er da jetzt den letzten Kick noch wegkriegt fürs Ohr und dass er rausgelassen wird. Deswegen lassen wir in die Ruhephase und holen es mit ihm später noch. Tauchgang abgeblasen. Aber es ist mich enttäuscht, dass sie dann halt kurz vor dem Sprung gesagt haben, hier Bleibord ablegen, Wärmebank setzen und klar halten. Weil vom Gefühl her hätte es auch geschafft. Und. Ab. Nach dem Pauken geht es gleich weiter. Nachttauchen steht auf dem Plan. Leergang zuhören. Wie man sich innerlich fühlt, das kriegt da keiner mit. Aber ich glaube, das macht auch nicht so ein gutes Bild, wenn man unter Wasser da sich hektisch bewegt. Das kriegt der Ausbilder sicherlich auch mit. Also ich meine auch im Allgemeinen, wenn man innerlich nicht mehr kann, trotzdem versuchen, äußerlich Ruhe auszustrahlen. Dass er selbst sicher rüberkommt. Einer geht dieses Mal über seine körperlichen Grenzen hinaus. Die Grenze zur Ohnmacht ist überschritten. Ein typischer Fall von Schwimmbad-Blackout. Der taucht auf und meistens klappen die Augen sofort nach hinten. Deswegen sollen die uns ja immer sofort angucken. Und dann werden die Augen weiß. Und dann fangen die auch so leicht an zu krampfen und zu spannen. Ja und dann ist halt nur noch Reaktion gefragt. Dann reagieren, machen sie so schnell wie es geht aus dem Wasser. Und meistens fangen die sich innerhalb von 5 bis 10 Sekunden wieder. Mithilfe des Rettungsassistenten und reinen Sauerstoffs kommt der Bewusstlose wieder zu sich. Jetzt haben wir Sauerstoff gekriegt. 15 Liter direkt am Anfang, reiner Sauerstoff. Und er hat sogenannte Pulsoxymetrie angeschlossen. Das zeigt mir also an, wie schnell sein Herz schrägt. Und wie viel Sauerstoffsättigung im Blut im Endeffekt vorhanden ist. Na, wenn ein Licht ausgehen, dann ist, hat man halt, keine Ahnung, was falsch gemacht. Oder ist halt so, war wahrscheinlich zu langsam oder so. Für den Mann ist es am besten, was ich durch Erfahrung gezeigt hatte in unserem Job, dass er so schnell wie möglich wieder ans Wasser kommt. Er darf quasi nicht die Zeit kriegen, drüber nachzudenken, was passiert ist. Wenn wir ihn gleich nach der Pause wieder mit einklidern, wieder mit reinschicken, hat er nicht die Zeit nachzudenken. Und dann können wir ihn auch mit ruhigem Gewissen in den Feierabend schicken, dass er am nächsten Tag wieder mittauchen kann. Sonst hat er zu viel Zeit nachzudenken. Reichelt, wie sieht es aus? Ich bin in Ordnung. Sie sind in Ordnung. Wir haben Ihnen des Öfteren schon ausdrücklich gesagt, dass Sie sich unter Wasser nicht zu viel Zeit lassen sollen. Sie versuchen hier, alles schön locker und cool durchzuziehen. Das wird aber nichts. Sie mussten dann schauen, wo der Kamerad steckt. Der hat schon gewartet auf Sie, weil Sie sich zu viel Zeit gelassen haben. Ich habe Sie vorher bei dem Tauchgang ermahnt, dass Sie nicht hyperventilieren sollen. Das ist dann das Ende, was dabei rauskommt. Das hört mir ab sofort auf. Jetzt unterhalten wir uns nur noch einmal. Ist das verstanden? Ja. Ab zum Lehrgang. Eckernförde am nächsten Tag. Bei der Morgenmusterung in der Ausbildungsinspektion ist die Welt auf dem Weg zur Besserung. Die Minentaucheranwärter haben die ersten Klausuren geschrieben und auch der Mann mit den entzündeten Ohren ist fast schmerzfrei. Aber ihr wisst Bescheid hinten, außer Hase. Hase bleibt hier stehen. Wegtreten. Eigentlich steht jetzt Tauchen auf dem Plan. Doch einer darf nicht mit. Das kommt für ihn völlig überraschend. Der 27-Jährige kann sich nicht erklären, was los ist. Eine Viertelstunde steht er allein im Foyer und macht sich Gedanken. Entweder darf ich nicht mittauchen wegen den Ohren, dass sie mich jetzt schon wollen. Oder irgendwas anderes. Einfach mal abwarten. Für die anderen in der Taucherschule geht es weiter. Vorbereitungen zum nächsten Tauchgang. Hier ist ein bisschen stressig momentan, weil wir wenig Zeit bekommen haben für die ganze Vorbereitung. Die Geräte müssen wir noch holen. Hier müssen wir jetzt alles aufbauen. Ist ein bisschen eng, ja. Aber wir beeilen uns. Der wackelige Minentaucher-Kandidat wartet derweil immer noch. Dann holen die Ausbilder ihn ab. Diesmal sind es nicht die Ohren. Dann machen wir. Unterlagen? So weit alle mit? Hab ich. Okay, dann holen wir den Hase und dann geht's los. Herr Hase, nehmen Sie hier Platz. Herr Hase, wir sind hier zusammengekommen, damit die Taucherärztin Ihnen den Leistungsnachweis eröffnet. Und danach unterhalten wir uns. Ja, ich gebe Ihnen den Leistungsnachweis erstmal wieder. Ich glaube, Sie hatten ja auch von Anfang an so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht ganz Ihre war, oder? Hatten Sie nicht gelernt? Ja, es ist halt brillant, aber Tauchermädizin ist nicht so. Ist nicht so Ihrs, ne? Also ich muss sagen, es hat einfach nicht gereicht. Also selbst mit ganz viel lieben wollen, das ist eine Fünf. Eine Fünf heißt, die Mission Minentaucher ist für ihn erst einmal vorbei. Nicht wegen der Trommelfellentzündung, sondern wegen Mängeln in der Theorie. Ausgerechnet Tauchermedizin. Das heißt, das Ganze braucht man in die Hand, aber Medizin ist ein Fach, was ziemlich schwierig ist. Und dadurch auch bei den Vorwärtslehrern auch schon Probleme. Da bin ich auch gerade so durchgekommen. Und ja, dass es hier halt nochmal rankommt, das war mir auch klar. Wie gesagt, dann sind wir auch meine gelernt. Und dann ist halt mehr Schlüsselfehler gemacht als richtige Fehler. Vorläufiges Ende einer hoffnungsvollen Karriere unter Wasser. Herr Koleuch, Schlüsselfahrt Aase, melden Sie sich überfohlen. Ja, Herr Hase, prüfen. Sie wissen, warum Sie hier sind? Verstehe ich. Wir müssen Sie leider vom Lehrgang ablösen, aufgrund der gezeigten Leistungen. Wir sehen aber desto trotz das Potenzial, dass Sie diesen Lehrgang bestehen können. Deswegen wäre unser Vorschlag vorbehaltlich der Entscheidung der Standdienststelle der Marine, dass Sie im Juni noch einmal diesen Lehrgang antreten werden. Okay, dann weitermachen mit Ihnen. Die Hoffnung geht zuletzt unter. Auch wenn der Grund für das Scheitern kaum auf äußere Umstände abgeschoben werden kann, Selbsterkenntnis gehört zur Ausbildung. Es ist keine Schande, in der Drittenwaffe rauszufallen. Okay, wegen Lernen, halt was schwer zu lernen war, ist schon ein bisschen fein. Ich habe eher gedacht, dass ich wegen irgendwas Körperlichen rausfalle. Dass ich so bei den schriftlichen Tests mich irgendwie durchschlagen werde. Und wie gesagt, jetzt kenne ich die Fehler, jetzt weiß ich, wo ich nachbessern muss. Ich weiß, wie der Lernen werden wird, die nächste Hallenphase, worauf es ankommt, worauf ich achten muss. Und somit kann ich mich dann sehr gut darauf vorbereiten. Immerhin bleibt ihm fürs Erste erspart, was die Kollegen durchmachen müssen. Jetzt marschieren wir unter Wasser. Einmal bis zum Beckenende und einmal quer rüber. Marschieren unter Wasser mit Blei am Gürtel. Harter geht es kaum in Friedenszeiten. Ja, ich versuche es, wie bei jeder Übung, meine Vorbereitungen und alles durchzuziehen und dann versuchen da klar rum aufzukommen. Der Marsch ist eben die Königsdisziplin jeglichen Soldatentums. Wenn es sein muss, auch unter Wasser. Ja, ich versuche es, wie bei jeder Übung. Und ab. Zum Glück wird unter Wasser kein Gleichschritt gefordert. Hektische Bewegungen sind kein gutes Zeichen. Sie könnten auf Atemnot hinweisen. Sanne, nehmen wir die Sauerstoffflasche schon rüber. Der arbeitet sehr hektisch. Schauen wir mal, was passiert. Man weiß aus Erfahrung, hier könnte gleich eine Portion Sauerstoff fällig sein. Guck mich an, ruhig atmen, ruhig atmen, ruhig atmen. Noch einmal gut gegangen. Ich habe die Übung auch jetzt erst mal geschafft. Zum Glück erst mal ohne, dass ich auch geklappt bin. Und ja, ich bin jetzt erst mal froh, dass hier auch erst mal hinter mir ist, die Übung. Die Ausbildungsinspektion Eckernförde in der vierten Woche. In langer Reihe stehen die angehenden Minentaucher morgens zum Einzelgespräch mit dem Ausbilder an. Ein böser Virus geht um. Krisensitzung. Wir haben jetzt im Moment den Worst Case. Das heißt, es gibt ein Magen-Darm-Virus rum und verbreitet sich ziemlich schnell im Lehrgang. Das heißt, der eine oder andere fällt immer wieder aus, kann an wichtigen Übungen nicht teilnehmen. Demzufolge fehlt das nachher hinten. Gestern fing das an mit Übelkeit beim Schwimmen oder leichte Magenkrämpfe. Und dann hat sich das heute Morgen halt bestätigt, mit flauem Magenübelkeit aufgewacht. Dann war halt nur noch der Gang zur Toilette der einzige Weg. Die Ausbilder beratschlagen, was zu tun ist. Ja, es besteht akuter Klärungsbedarf. Wir haben auf jeder Stube jetzt in der Unterkunft jeweils nur noch einen gesunden auf den Unterkünften drauf. Ich würde vorschlagen, dass wir die selektieren. Wir haben eine freie Stube, dass die sie untereinander nicht anstecken. Dass der Rest von den paar Leuten, die wir jetzt zurzeit noch zur Verfügung haben, die 100%ig fit sind, dass wir da keine Leute mehr verlieren. Vor der Tür verteilt die Taucherärztin Medikamente gegen Durchfall. Davon haben wir eine Kapsel pro Tag. Ist egal, wann Sie die nehmen. Heute sowieso kein Tauchen, das ist klar. Das schreibe ich Ihnen auch gleich auf. Ich schreibe das mal in die Reakte noch ein. Das ist natürlich nicht ungewöhnlich, dass man mal einen Magen-Darm-Infekt hat. Und die Leute sind ja so schon sehr körperlich angegriffen und sehr seelisch auch angegriffen. Und dieser Stress, der wahrscheinlich, also normalerweise würden die gar keine Probleme dabei haben, wenn die mal so einen kleinen Magen-Darm-Infekt haben. Und jetzt dadurch sind sie dann sehr in Mitleidenschaft gezogen. In der Halle proben die anderen Kameraden unterdessen den Notfall mit den Tauchgeräten. Ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Eigentlich sollte dabei niemand fehlen, doch viele dürfen heute nicht ins Wasser. Und Gas! Bringen Sie den Mann aus dem Wasser! Und Vollgas, Kolmann! Sehen Sie zu, Kolmann, der Mann muss raus! Endgültig raus sind jetzt zwei weitere Kameraden. Das ist vom Lehrgang, ne? Weil er halt so viele gefehlt hatte bei den Sicherungsmodulen gerade. Da kann man nicht mehr nachholen. Extra-Wurst gibt's halt nicht, ne? Stolter-Munzerd. Sachen soweit auf Null gebracht. Alles glatt zur Abgabe. Ist alles im Spinn verstaut. So, dass es trocknen kann. Okay, dann lassen wir das abtrocknen bis morgen. Da wird heute noch nichts abgegeben. Das bringt so nichts, weil die dann eh wieder rauskommen und zur Überprüfung im Taucherlager wieder vorbereitet werden. Dann werden Sie jetzt sich auf Ihre Stube begeben. Ab auf Koje. Statt unter Wasser geht's nun unter die Bettdecke. Sie räumen quasi hier bei uns alle Spinde überall, wo sie Material haben und werden nicht mehr am Lehrgang teilnehmen. Sie werden auch die Stuben räumen müssen, sodass wir eine klare Trennung haben. Lehrgangsteilnehmer, Nicht-Lehrgangsteilnehmer. Aus dem Grund, dass die Leute, sag ich mal, vielleicht die negative Motivation dann auch nicht überbringen zu dem Lehrgangsteil, der jetzt noch hochmotiviert ist. Deswegen wird das auch ratzfatz durchgeführt, um die Leute zu selektieren. Die meisten gehen heute geschwächt in den Unterricht. Der Feind heißt Magen-Darm-Grippe. Komm, Engel! Engel, sehen Sie zu! Draußen haben Sie nichts, wo Sie sich festhalten können. Masken auf die Stirn, Mundstück schließen raus. Komm, Melan, sehen Sie zu! Der Mann muss aus dem Wasser. Die Soldaten simulieren Notfall-Szenarien mit dem Tauchgerät. Bei diesem Verfahren haben wir jetzt die Eigenrettung durchgeführt. D.h. die Männer haben unter Wasser Probleme. Irgendwas haut nicht hin. Sie sind allein unterwegs, dass sie sich selbstständig retten müssen. D.h. es geht nur noch eins, das ist ein Notaufstieg. Dabei müssen sie die Gewichte rausziehen, Jacket aufdrehen. Und beim nach oben kommen natürlich Obacht geben, dass sie abblasen. Abblasen, sie müssen weiter atmen, abblasen, weil die Luft sich dann ganz schnell, weil sie schnell nach oben kommen, ausdehnt, damit sich die Lunge selber nicht verletzt. Die Übung ist nicht ungefährlich. Deshalb müssen die Soldaten zum Routine-Check bei den Taucherärztinnen. Es folgt eine Kontrolle auf neurologische Ausfälle. Wenn ich von der Wand wegkomme, streng die mal die Zunge raus. Mal arbeiten. Mal nach links. Mal nach rechts. 18 durch 6. 18 durch 6, 3. 32 durch 8. 4. Rechte Schulter. Nasenspitze. 13 plus 26? 39. 39. Fannst du alles gut? Mhm. Okay. Die Ärztinnen sind zufrieden, der unerbittliche Ausbilder nicht. Lehrgang zuhören! Wir sind jetzt fast am Ende der vierten Woche. Der größte Teil von Ihnen ist nicht in der Lage, einen grünen bzw. roten Alarm am Gerät richtig zu interpretieren und dementsprechend den Handlungsablauf durchzuführen. Wer das nächste Woche nicht drauf hat, wird den Lehrgang nicht mehr weiter besuchen. Lehrgang jetzt! Zwei Minuten Zeit! Fleckt dann an! In jede Tasche bei der Brust ein Kilo Gewicht rein! Ausführung, Zeit läuft! Wenn es um Sicherheit geht, kennt der Chef keine Kameraden. Jetzt setzt er seine Geheimwaffe ein. Schlechte Laune. Die wissen genau, was auf sie zukommt. Die wissen auch genau, dass es vormittagessen den Leuten ein bisschen schlecht gehen wird und dass das Mittagessen nicht ganz so gut schmecken wird. Das müssen wir machen. Die lernen zum Teil nur durch Schmerz. Die sind zurzeit nicht in der Lage, das umzusetzen, was wir ihnen versuchen beizubringen. Ich habe ein bisschen schlechte Laune und das soll der Lehrgang spüren. Eine Bahn tauchen! Ab! Wäre doch gelacht, wenn er seine Übellaunigkeit nicht von den Soldaten abarbeiten lassen könnte. Raus aus dem Wasser! Ausgangsstellung 1 zu 30, Seidebach zählt! Und nehmen Sie die Füße hoch! 1, 2, 3, 2, 1! 1, 2, 3, 1! Eine Bahn tauchen! Ab! Raus aus dem Wasser! Schauen Sie nicht, was der Rest macht! Ausgangsstellung nie gestillt! Reichen, nehmen die Brust runter! Sind wir alle zu der Geschwächter reingegangen? Und deswegen fiel es uns auch heute extrem schwer. Hand ab! Hand ab! Eine Bahn! Kraul! Beinschlag! Ab! Dann gibt es halt auch welche, die sich abbrechen müssen in diesem Training. Aber da muss man durch. Gleichmäßig! Kraulmann zieht zu! Kraulmann zählt! Füße hoch! Kraulmann, was ist los? Engel reißt sich zusammen! Eins, zwei, drei, vier! Was ist los? Haben Sie keine Lust mehr? Halten! Und halten! Füße hoch! Tief! Alles auf! Sie dürfen ein Arm und ein Bein absetzen! In der Luft! Beim nächsten Mal, wenn wir in der Halle sind, hat jeder von Ihnen die Alarme drauf. Wenn nicht, werden wir das Programm so lange durchführen, bis das jeder von Ihnen verstanden hat. Schwäche zählt nicht. Im Erstfall würde der Feind auch keine Rücksicht auf ein Magen-Darm-Virus nehmen. Ja, ich habe auch hier einen kleinen Effekt gehabt. Ich war gestern auch den ganzen Tag krank. Und heute ist es noch nicht ganz raus. Und jetzt mal nicht ganz so am Maximum der Leistung. Also man ist nicht ganz da, ganz einfach. Das kennt ja jeder selber. Eine Stunde später sind fast alle am Ende. Fieber, Magenkrämpfe, Durchfall. Jeder Tag beginnt und endet mit Muskelkater. Die Kondition der angehenden Minentaucher lässt nach. Und das Ziel scheint in weiter Ferne. Wenn man kaputt ist, dann will man eigentlich immer aufgeben. Wenn der Körper eigentlich nicht mehr so mitmacht. Aber irgendwas hält einem, wo man sagt, man macht weiter. Wenn man schon so weit gekommen ist, vier Wochen sind wir ja fast dabei schon, dann ist ja noch eine. Und das wäre dann alles umsonst gewesen. Und nee, das Aufgeben geht da nicht. Am nächsten Morgen herrscht vor dem Ausbilderbüro der Minentaucher wieder Hochbetrieb. Viele hat es über Nacht erst richtig erwischt. Der Ausbildungsleiter kommt mit dem Verteilen der Krankmeldescheine kaum hinterher. Die fertig sind weg. Auch geschwächt geht's nur im Laufschritt. Da kommt ein gebrochener Zeh erschwerend hinzu. Also das ist nicht mein erster gebrochener Zeh. Deswegen wusste ich eigentlich auch relativ schnell, dass der gebrochen ist und nicht nur ausgeringt. Das spürt man dann schon, wenn man das schon ein paar Mal gehabt hat. Und deswegen wird das auch jetzt die Tage da auch so funktionieren. Die Lage hat sich drastisch verschlimmert. Die Leute zeigen immer mehr Anzeichen, dass es ihnen nicht besser geht, sondern schlechter. Und wir müssen jetzt wirklich auch mit Fingerspitzengefühl rangehen, wie wir weiterverfahren, um die Leute im Lehrgang zu halten. Wir haben jetzt das Problem, dass die Lehrgangsteilnehmer jetzt auch beim Rauchen erwischt worden sind, was hier überhaupt nicht geht. Sowas kostet Liegestütze und nicht zu knapp. Also ich fasse jetzt mal zusammen. Gerade habe ich Sie gefragt, ob Sie Raucher sind. Da haben Sie Nein gesagt. Also haben Sie mich angelogen. Eine Bahn tauchen. Ab. Aus dem Wasser. Zehn Liegestütze. Eine Bahn tauchen. Ab. Los, aus dem Wasser raus. Zu Wasser. Aus dem Wasser. Zu Wasser. Eine Bahn kraulen. Ab. Wenn die hier bei manchen Übungen selbst ohne Rauchen schon im Limit sind, dass wir diese ohnmächtig rausziehen, erschwert das die Übung natürlich ungemein, wenn die auch durchs Rauchen die Übung dann schon gar nicht mehr schaffen. Und das bringen wir dem Kameraden jetzt hierbei, dass er das nicht wieder macht. Im Ausbilderbüro ist der Beam of Pain, der Balken der Schmerzen, halb leer. Die übrigen Zylinder sind im Einsatz. Balken des Schmerzens steht für Bestrafung. Für Fehler eines Einzelnen muss der ganze Lehrgang büßen. Pro Zylinder müssen die Kameraden 50 Liegestütze, 50 Rumpfdrehbeugen und 50 Mal hinlegen Aufstehen ableisten. Sie nennen das Serien. Und dann wieder laufen, laufen, laufen. Können wir Serien abpacken? Selbstverständlich. Ich würde sagen, wir fangen mal langsam damit an. Sechs Serien stehen noch aus. Dazu die traditionelle Wochenendserie am Freitag. Irgendwas läuft immer nicht nach Plan. Macht Sieb. Na, die jetzt krank sind, die müssen wir selbstverständlich nachholen. Herr Urzmann, ich melde an, Sie haben hier abgebacken. Verholt. Danke. Und noch etwas verdirbt die Freitagslaune. Ins Wochenende geht es erst, wenn alle Stuben blitzplank geputzt und aufgeräumt sind. Wir fallen zur reinen Schiffabnahme. Da gucken wir uns einmal die Stuben halt an und die Nasszellen. Und wenn die in Ordnung sind, können sie halt weiter ihre ausstehenden Serien abarbeiten. Auch bei der Sauberkeitsprüfung der Stube, militärisch rein Schiffabnahme, lassen die Ausbilder nicht den kleinsten Fehler durchgehen. Die Minentaucher-Ausbildung in Eckernpförde in der vierten Woche. Die Soldaten müssen ihre Strafe abarbeiten. Noch 250 Liegestütze, 250 Rumpfdrehbeugen und 250 Mal hinlegen, aufstehen. Hinten raus, wenn das dann ein bisschen mehr wird, sechs, sieben, acht Serien, dann fängt es natürlich ein bisschen an zu brennen. Aber wenn es einmal wehtut, dann kann es natürlich auch noch sechs, sieben, acht Mal wehtun. Das ist dann kein Problem. Das ist das, was den Zusammenhalt im Lehrgang trainiert, das schult. Wir sollen im Team arbeiten. Warum keine FC Kämpfer? Wo kameraden? Jetzt machen Sie die Körperhygiene, holen Sie sich nach aus. Anschließend können Sie ins Wochenende fahren. Und denken Sie nächste Woche vor allen Dingen daran, viele feste Glieder bilden eine starke Kette. Kontrollieren Sie sich gegenseitig. Fragen Ihrerseits? Stellte fest nicht. Dann Minentauberleger, stillgestanden, nach vorne in den Feierabend wegtreten. Wenn endlich der Schmerz nachlässt, ist das Wochenende doppelt so schön. Das war schon der Punkt erreicht, wo man dann so, oh, also zittern tut man oder ich zumindest noch eine Serie mehr oder zwei, dann sehe ich es nachher auch anders aus. Dann hätten wir ein bisschen mehr gegessen oder zum Mittag. Zum Mittag hatten wir auch nicht so viel Zeit. Dann wäre das garantiert wieder alles rausgekommen. Letzter Tag der Hallenausbildung. Den angehenden Minentauchern steht die härteste Prüfung bevor. Unterwassermarsch ohne Atemgerät. Ich befürchte, dass sich die Leute jetzt zu sehr unter Druck setzen, selbstpersönlich. Und dann die Übungen nicht schaffen. Das befürchte ich. Weil 80 Prozent des Lehrgangs jetzt mit Sicherheit im Kopf haben, dass es wieder eine Übung kommt, die sie noch nicht kennen oder die sie noch nicht gemacht haben. Wollen wir auf den Wasser, Körper mitmacht. Und ab! Die künftigen Minentaucher müssen mit nur einem Atemzug Luft das Becken umrunden. Unter Wasser. Das geht ans Limit. Um bei zwei Minuten dauert das. Das ist schon recht lange. Von daher ist das hier schon ein bisschen schwieriger. Besonders jetzt die letzten Armzüge. Das kann schon mal eng werden. Kopf und Nacken. Hände auf den Rücken. Der nächste Unterwasserwanderer. Wir kriegen zu viel Panik. Guck mal, hier läuft die Rücken richtig. Ja, zum Schluss wurde es schon knapp, ne? Aber es ist ja trotz aller denen erstaunlich, wie viel Luft man eigentlich hat, ne? Für einenjenigen selbst unter Wasser ist es natürlich knapp, aber an seiner Gesichtsfarbe haben wir gesehen, dass es noch nicht so knapp war. Es hat schon noch ein paar Reserven gehabt. Das ist ein guter Mann. Für andere wird das am Ende ernsthaft knapp. Wenn sie Anzeichen einer Ohnmacht spüren, sollen sie den Gewichtsgott abwerfen und auftauchen, sofern sie die Anzeichen schnell genug bemerken. Und es nicht schon zu spät ist. Guck mal, da bewegt da gerade deine Arme kaum. Komisch, wie einschlafen. Also bis zu Leider habe ich noch alles mitbekommen und dann, keine Ahnung, es ist Unterbewusstsein, wie auch immer. Und dann wacht man wieder auf, wenn man am heulen Fußboden liegt. Der nächste bricht die Übung ab, als er merkt, dass er nicht mehr klar bei Verstand ist. Dann haben sie das Schlimmste hinter sich. In Zukunft werden sie nur im Notfall ohne Gerät tauchen müssen. Die Übung ist halt nicht bestanden, sozusagen, weil ich abbrechen muss. Es werden immer weniger. So, Männer. Der erste Step Richtung Ziel ist geschafft. Alles vorbei. Kein Apnoe mehr. Keine Quälerei mehr in dem Sinne. Aber leichter wird es dennoch nicht. Ja? Zusammenreißen. Für den einen was schwerer, für den anderen was leichter. Alles in allem war das in Ordnung. Und sie fragen ihrerseits. Platz zum Feierabend. Endlich geschafft, ne? Fünf Wochen. Manche Tage waren sehr hart. Man ist froh, dass es vorbei ist, ne? Das erleichtert mich sehr. Keine Quälerei mehr im Wasser. Man ist echt erleichtert jetzt. Man ist richtig erleichtert. Endlich die Halle vorbei. Fünf Wochen hier. Das reicht. Ja. Die Sandlinie. So, jetzt zum Eingang. Jetzt haben wir noch mal. Ich habe alle Schrauben. 街en, und wir haben viele Schrauben. Das war ja schon gar nicht. Vielen Dank.